okay hier warst du denke ich schon das gefährlich halt ist halt dass wenig draußen ist ja das hilft uns aber in dem sinne auch nichts wir müssen ja das muss das muss ich bin bereit bist du immer noch kurz am buddeln also hast du keines männer also wir haben wir haben noch ein bisschen so ist es nicht ich frage ob wir in 15 minuten schluss machen können weil dann müsste irgendwann meine aufnahme abkacken ich weiß doch noch wo wo eisen war das müsste doch hier gewesen sein kann mich schon mal an weg nach oben machen ok ja so jetzt bin ich wieder in einem gang von dir wo ging es jetzt wieder zurück eine gute frage das müsste eigentlich hier sein ist eine cave in der wenigstern 25 erst bin auf dem weg nach oben kriege ich denn das eisen jetzt wirklich noch zusammen kann das sein ne da geht es auch nicht raus ich bin gehabt mit der treppe beschäftigt ne ich finde gerade schon wieder nicht mehr zum lager ne ja schlimm wir müssen uns die koordinaten wieder aufschreiben ja das sowieso ne sonst finde ich hier nie wieder her machst du das gleich so wenn ich hin finde aber moment ich bin gleich schwul oben wow leck hier einige blöcke hier noch irgendwas da bin ich glaube ich schon vorbeigelaufen ja ok der gang nach oben steht ok dann packe ich jetzt ein schärfe 1 schwert mit ok da sind wir hier an der base dann einmal hier aufmachen das war falsch dann war es hier das wichtige zeug mal hier runter packen ach packen wir das zeug jetzt einfach mal rein hier die wolle muss ich mitnehmen so das ist verzaubert ein scherfe 1 schwert mitnehmen und dann hier hinter mir zu machen ok also hier quasi wo unser enchantment table drin steht und richtig gut zu machen verbesser gerade unseren aufstieg ich habe halt jetzt wie gesagt nur ein schärfe 1 eiserschwert mit dabei ne so hier hinter dir ah da hast du essen dabei noch drei hündchen kann ich eins davon haben warte danke halt wenn wir dann sprinten müssen irgendwann dann wäre es halt gut ja wir dürfen oben eh wieder gucken dass wir irgendwas zu essen auch dieser essensmangel ne den hatte ich noch nie in einem battle hier würde ich sagen sneaken geht klar da ist halt immer die gefahr dass da oben irgendwo jemand wartet wenig ist am spawn das ist schlecht sehr schlecht da müssen wir nämlich hin also ich hätte 19 direkt dabei um wieder zuzumachen so koordinaten von hier aufschreiben wo ist mein stift minus 190 und minus 208 so vielleicht sollten wir da sind ich habe das dumme gefühlt dass wir irgendwie uns gerade in den berg rein wollen und einfach mal gerade nach hier naja 62 sind wir in irgendein berg drin ne und ich habe schon wieder keinen eimer dabei hast du einen eimer dabei ja ich habe einen eimer dabei was stimmt denn ein berg drin ne weil hier ich höre ich höre die schafe direkt neben uns berg drin ne hier direkt das mäh neben mir ja ja Gott wo wo bist du doch hier irgendwo ja rechts von uns ah hier 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 ok ok so neue koordinaten warte mal kurz äh minus 165 und minus 217 auf der höhe 65 ok ich mache mal hier zu so und dann zum spawnen da ist oh guck mal direkt beim spawnen ist das geil perfekt muss ich mir jetzt dann nur merken bei welcher farbe wir hier raus gehen wenn andere frage wollen wir dir wohl ist place und vielleicht wieder runter drei weil wie gesagt ich ich bin hier mit meinem schabt ist ein schwerteisen falschen plี ah ok bei weiß rausgehen so oh noch zwei lieben Ja, da insgesamt Sechs Wollen wir die vielleicht gleich in der Richtung placen, wo wir hergekommen sind Irgendwo dahinten Ja, wo hier Wer ist das? Der Spielpirat Keine Siets Lass man wirklich hier irgendwo in der Nähe machen Wir bräuchten so dringend Essen Ich würde sogar sagen, direkt hier Guck mal hier Direkt hier vor unserer Höhle Beide oder nur eine? Ne, nur eine auf jeden Fall Die andere mit der anderen Da gehen wir jetzt woanders hin Hier in der Schlucht Keine Ahnung, vielleicht hier gleich um die Ecke Ja, würde schon sagen Hier irgendwo in diesem Spalt Ich sag hier Hier, guck mal hier genau auf dieser freien Fläche Also hier Ja, hätte ich gemacht Ich wollte nur gucken, ob hier Ist jemand Wo? Twivory Twivory Hat der Ne, Twivory hat keine Friedensphase Töte den Also ich hab halt Moment, ich muss einmal kurz essen Weil ich wieder vollen Hunger hab Wo war der? Hier irgendwo Äh, spielt Twivory nicht mit dem Spielpiraten? Ja, aber nur Twivory Äh, nur das Spielpirat hat halt Friedensphase Okay War ja halt irgendwo War ja halt irgendwo Wo wo? Vielleicht bei unserer Wolle So, ich werde mal ganz kurz hier auf dem Berg hoch gucken Ob hier noch irgendwo was zu essen ist Ja, ich komm mit Ich möchte mich wie gesagt Nur nicht zu lange hier draußen aufhalten Nichts, oder? Nee Dann nehmen wir uns eben passiv mit Am Sporn sind zwei Stück Hier runter Dreck, runter, dreck, runter Dreck, runter, dreck Tauschen nicht bestimmt Aua So rein Hier, ne? Ja Hier rein Mach hinter dir zu Mehr, mehrmals Aber mehrmals Noch einmal Ja, das sollte reichen Ach Gott Werde? Wir sneaken jetzt bis die Treppe Okay Bis zur Treppe Rennen wir einfach nach unten Dann ist alles super Ja, und dann geht es ein bisschen weiter mit Farmer Rennen wir runter Auf alle Fälle Hast du Wasser? Oder unten müssten wir Wasser haben, ne? Ja, unten haben wir Wasser Um vielleicht doch ein Feld anzubauen Wir brauchen dringend Essen Ja, machen wir Also ich habe gar nichts mehr zu essen Ich habe auch nichts Dann werde ich Parken wegen Session Ende Wollen sie nicht Ja, mein Speicher wird gleich voll sein Schauen wir, wie viele ich noch habe Ja, noch 16 GB In den nächsten 1-2 Minuten bin ich weg Okay, das ist nicht gut Ja, dann werde ich einfach Für eine oder zwei Folgen Die dann jetzt noch drankommen Deine Folgen in meine Playlist packen Kannst du dir gerne machen Dann machen wir das so Das wäre dann Fast ist abgestürzt Hat er zu viel getrunken oder was? Ich sage ja schon mal meinen Abonnenten hier Tschüss Weil das wird gleich eh abkacken Bis zum nächsten Mal Und Tschau Tschüss Boah, ihr wenig Kraft geht ab, ne? Ja, der geht richtig ab Ja, aber ich Ich hatte ja schon mal das Vergnügen Im allerersten Battle Wo ich mitgemacht hatte Mit ihm spielen zu dürfen Und wir wurden erster Und? War gut? Ja Wenig Schon richtig gut Ja Ich habe früher auch viel mehr PvP gespielt Nur ich habe halt so lange nicht mehr gespielt Ich kann nichts mehr Ja, das geht ja bei mir auch So, weißt du Ich habe einfach nicht die Zeit Um viel PvP zu machen Ja Man kommt halt nicht rein Und man kommt auch sehr schnell raus Wie mit allem So Dann brauchen wir hier noch Erde Unbedingt was am Pflanzen Ich habe Erde haben ja genug Also von daher So Okay, eine Steinhoe tut's auf alle Fälle So Hier schon mal Wasser Ja, reicht der ein Eimer Ja Gut Das ist schon mal nice Perfekt Ich Zit Ich Das ist Also Ich Bis zum nächsten Mal.